Es war in den goldenen Zwanzigern, so erzählt die Legende, als in Zeiten eines ungleichen Kampfes ein Schlachtruf ertönte. Ein Schlachtruf wie Donnerhall, der all jenen, so erzählt die Legende weiter, die ihnen diesen Augenblick zum ersten Mal hörten, und das Blut in den Adern zu besiegen brachte. Niemand konnte damals ahnen, dass er Zeuge eines historischen Moments geworden ist. Noch heute, Jahrzehnte danach, in scheinbar aussichtslosen Kämpfen, erscheint er laut von den Rängen. Wie damals, als der Durchhalterwillen der Schlosserjungs aus Oberschöneweide ins Unermessliche stieg. Eine Legende nahm ihren Lauf, einen Mythos bekannt zu liefern. Und er wird niemals, niemals vergessen. Eisern und Junge. Eisern und Junge. Komm, dann bin ich an, immer, ich kann es auch nicht sagen, immer, ich kann es auch nicht sagen. Aja, Aja, Aja! Wir haben los, gehen immer davon, Schulter an Schulter für eine Union. Hartz ist die Zeit und Hartz ist aktiv, darum ziehen wir, sind Eisern und Luz. Untertitelung des ZDF, 2020 Alexander Thornton Wir sind voll und Kinder lauschen Wir lebten sich nicht verbrechen, lauschen Also nur noch die ziehen vor den Augen Den Blick weit nach vorn Ziehen wir gemeinsam durch die Nation Aus dem grünen Christen und der Welt die Länder Für Eider und die Eider und die Eider und Jür Jetzt bin ich wieder Eider und Jür Er wird noch weiter, ganz so groß Ich spitze dir einen. Ich sage dir einen. öst. Ist dein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020